So und wir sind der ja auch wieder und ähm ja gucken wir mal was wir im Envy haben. Hut wieder Geld, das legen wir mal nach unten, weil das machen wir dann, tun wir noch craften und dann wird das verkauft. So, wunderbar. Was war das denn? Was war das denn? Keine Ahnung. Oh, es fängt ja schon an, sag das doch. Ich moge gerade, das ist aufgefallen. So. So, was kann man denn noch dazu sagen? Ja, wir haben demnächst wieder ein paar neue Projekte und ja, da kommen natürlich Infovideos dazu und es wird so einiges neues noch folgen. Joa, unter anderem Flip, wo ich den Tom mal ein bisschen einspielen werde, ein bisschen helfen werde. Ja. Da ich ja noch einen Charakter von früher dort drauf habe und wie lange ist das her? 2-3 Jahre? Und ein Level 70er, mhm. Na das ist heute nicht mehr hoch, früher war es noch hoch als ich das gespielt habe. Aber überlege mal, du hast gesagt, vor 2-3 Jahren. Ja, überleg mal, wie hoch sind die jetzt dort mit dem Level? Keine Ahnung, aber ich hätte es immer ehren, die haben deinen Account gelöscht. Nein, der ist ja noch aktiv. Hab ja letztens gesehen. Aber, da ich ja ab und zu auf P-Servern Flip zocke, ja, dürfte sich da eigentlich nur, weiß ich ja nicht mehr, auch nicht mehr. Dann hab ich den letzten P-Server gezockt, auch von, ja. Naja, mach ich gucken. Naja, auf jeden Fall, aber wir haben noch ein paar anderen LP-Projekte dann, zum Beispiel Minecraft wird euch auch viel erwarten können, wo wir ja jetzt so einiges jetzt Neues machen. Und, und du überlegst dir das mal, ne, wegen diesem Zombie-Modus. Mhm. Dass der liebe Tom sich auch mal Black Ops 2 anschaffen würde. Die Überlegung wäre ja eher... Wenn es ein Rechner das überhaupt zulässt, würde ich mal sagen. Wieso meiner? Dein regt das ständig ab. Ja, scheiße, war ständig ab, aber er spielt. Ja, ich kann's auch zocken, Alter. Ich kann drei Spiele nebenher laufen lassen, ohne dass er ruckelt. Also... Kann das jetzt eine Herausforderung sein? Ja. Ich werde, wenn ich das Spiel hab, da kann ich noch nebenbei Minecraft und noch das Spiel laufen lassen, ohne dass es ruckelt. Kann ich auch. Naja. Loose-Screen, ne? Das kommt ja meist nur, wenn ich HD-Videos anschaue. Was sieht man ja gar nix, das hab ich ja da unten nebenbei noch gemacht. Ja, weil sie nicht. Irgendein Treiber will sich da nicht vertragen mit einem oder was anderem. Vielleicht ist es dein Media Player? Ne, ich hab schon meinen Foren und so nachgeguckt. Die meisten meinen irgendwas von wegen, ähm... Video-Einstellungen und Treiber und... Nvidia, keine Ahnung. Ob sich da jemand beißt oder so? Er musste, ähm... Das, äh... Die Grafiken kann ab... Abtreiben, wollte ich sagen. Ach, 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 ach... Ach, 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 ach... Ach, ach, ach... Ach, ach, ach... 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 Ja, eben deswegen. Ne, äh, muss das einfach mal abdehnen, hab ich letztes Mal auch gemacht. Ich meine, ich hatte zwar auch mal zwischendurch mal ein Problem gehabt, dass meine Grafikkarte so richtig in den Streifen gezogen hat über den Bildschirm, aber... Okay, Tom. Dann werde ich mal deiner Information nachgehen und meiner Grafikkarte abtreiben. Du. Die hat bestimmt schon ein paar Monate hinter sich. Ja, bestimmt. Ja, aber neun Monate, glaub mir mal. Du willst auch ein bisschen alt sein, ne? Was? Guck mal, wir haben schon... Gibt schon 660 GT-E. Äh, die sind aber die besonders. Ne. Der ist die 560er nicht schlecht gewesen schon. Nö, nö, die ist ganz gut. Bin ich mit zufrieden. So, jetzt hab ich den Viech-O-Downen gekriegt, ey. Was? Ich muss mal das Tabletten-Freck kassen. Nö, jö. Wenn ich hier oben immer stehe, dann denke ich mir, kann ich einpinnen. So, jetzt sammeln wir natürlich alles ein. Ist auf irgendeine Goldmünze. Oh, jetzt hab ich ein Problem. Ein paar Wälder. Also... Ja, nicht immer. Äh, ich kann ja gerade mit dem Buff nicht dienen. Ich hab gerade zu wenig. Okay. So, auch besser konnte ich es jetzt nicht machen vom Buffer. Ah, beinahe. Jaja, ganz knapp. So. Moment mal eben. Nix da Kanonenklinge. So, hab's fertig. Ja, super. Und ich hab ne Kapsel gekriegt. Ah, fällt mir ein, da kannst du mir... Okay, bekommst du immer. Du kannst mir ja dann mal die ähm... Raven-Altera geben dann. Kriegt man ein eigener Raven, was gehört? Nein. Hab da gar keinen. Du hast zwar einen Raven, aber du hast ihn schon besser, glaub ich. Und wann hab ich mit dem? Da hast du glaub ich schon besseres dort damit. Natürlich. Lass mich raten, Altera. So, lass mich mal kurz raus. Was? Was? 20 verkaufe 20 Erlitzer für, 40 Kaka für alle FA only. Obwohl billiger Preis! Aber wenn der Müll drin hast, du bist am Arsch. Obwohl, na wohl, 40 Millionen, wenn du da... vielleicht, ähh, Bosswürfel dabei hast, geht's schon. oder irgendeine schrift oder willst du das machen oder was und es hört sich verführerisch an ob ich mache es ne bleib mal lieber dabei fahren du mal lieber erstmal erholungs tränke juli jeden fall ich muss aber jetzt mal im konzert machen macht das lieber unter der decke mach das lieber unter der decke ne ich wollte mal kurz noch ein paar items so so jetzt habe ich ein quest vergessen wo ist eine fünfer quest wir haben drei dann schon zu machen folgendes pass auf wir müssen machen krähen bande mindestens schwer und mindestens eine bewertung ebene der rückkehr schwer mindestens bewertung und tunnel b4 strich 1 b bewertung und auf schwer willst du mich rollen ja so und wir machen gleich noch hier weiter das ist das ist das ist